oh mein gott ich bin erster geworden heilige scheiße ausgerechnet bei dem spiel damit habe ich jetzt nicht gerechnet das hier ist das pentagon ein kompletter frontalangriff mit deinen stärksten einheiten sollte ihr militär oh mein gott das ist ja oh mein gott das ist ja ungekürzt die macht wandert schneller als mancher glaubt ich bin kein während ich deine truppen aus den staaten zurück beordere möchte ich dass du diesen verlassenen ist das geld das deckt auch nicht so geil muss man dick genug machen dann geht es hat keiner gesehen ahne dinge genau das ich weiß warum ich den raketenwerfer so ungern benutze genau wegen solchen dingen ich weiß nicht so geil oh mein gott ist ja kommit oh mein gott oh mein gott Warum springt er nicht? Was? Hä? Was soll ich wieder? Was? Was soll denn das jetzt? Warum macht er denn sowas? Are you fucking kidding me? Hä? Nein. Warum macht er denn sowas jetzt? Oha! Hallo! Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Oh mein Gott. Ah. Jetzt sind wir in einem blauen Bereich. Warum schießt er denn nicht? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Was ist denn los mit mir? Warum bin ich so? Ich hör sie. Ich seh sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh du Scheiße. Wow. Ey, das war aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geschafft. Heilige Macaroni. Das war knapp, ey. Was? 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 Fresh Tacos. Hey, hallo. Danke für deinen Raid. Oh mein Gott. 10 Personen. Was ist da los? Was? Was? Voll krass. Dankeschön. Анд mal. Who? How are you? All right. Oh my God. Bis zum nächsten Mal.